Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Montagmorgen, genauer gesagt, der 26.02.2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 318. Und aufgrund meiner nicht ganz so lustigen Gesundheit fällt die Sendung heute sehr, sehr kurz aus. Ich habe mir ein paar Neuigkeiten von der MWC rausgesogen und zwei, drei andere News. Und damit starten wir gleich. Samsung Galaxy S9, das Huawei Tablet, das Huawei MateBook, Nokia 8810, iTunes Store und Drohnenverbot. Samsung hat ein Problem. Zumindest wenn man den ein oder anderen Berichterstattungen hier in diesem Internet Glauben schenken mag. Denn sie haben es auch geschafft, 1000 Währungseinheiten Smartphone zu generieren. Gut, das ging ja schon beim Mate, aber beim Flaggschiff. Ja, meiner Meinung nach, viel Technik braucht auch einiges an Preis. Und wenn man sich die Details so ein bisschen anschaut, zumindest das, was man da gesehen hat, das mit der variablen Blende ist ja doch ein Unicum. Und hoffentlich nicht nur ein Spielzeug wie letztes Jahr der Bixby Button, die super Zeitlupe. Auch das ist ein Spielzeug, aber dank der schnellen Zeitlupe, also den schnellen Aufnahmen, die so möglich sind, kann man deutlich bessere Fotos machen. Also so mit alles in allem sicherlich kein verkehrter Weg, den Samsung da geht. Auch im Bereich Lautsprecher hat man deutlich nachgelegt. Zumindest was man bis jetzt gehört hat, Gesichtserkennung und die Textstation wurden deutlich auch überarbeitet und somit verbessert. Somit natürlich wie mal ein Testwert und ich bin gespannt, wie das Teil ankommen wird im Markt. Ich glaube, hier in der Schweiz wird sich das Teil sicherlich genauso gut verkaufen wie seine Vorgänger. Huawei hat mit dem Mediapad M5 und dem M5 Pro und wie das dritte heisst, ich glaube auch M5, sind auf jeden Fall drei Tablets vorgestellt, natürlich auf Basis von Android. Alles in allem sehr schicke neue Geräte, die den Tabletmarkt ein bisschen aufrütteln sollen, zumindest den im Bereich Android. Drin, was an Technik verbaut ist, ist State of the Art, der eigene Prozessor, den Sie natürlich haben, Kirin, 32 GB Speicherplatz, der erweiterbar ist bis 256 mit Micro-SC-Karte etc. Die bekannten Werte, die eigentlich so in jedem der Geräte drin sind. Auch hier wurde besonders Wert auf den Ton gelegt. Da hat man an der Präsentation ein großes Augenmerk drauf gelegt. Da dürfen wir natürlich auch gespannt sein. Genauso gespannt darf man sein auf das MateBook, MateBook X Pro, wie sich das neueste Modell nennt. Das Gerät habe ich ja schon bei den ersten Modellen immer wieder mal rüber geschielt. Gab es ja lange in der Schweiz nicht. Das MateBook X Pro soll es anscheinend jetzt in die Schweiz auch schaffen. Hat einen extrem dünnen Rand. Schaut wirklich sexy aus. Was weniger sexy ausschaut, ist das Doppelkin. Also meines, dass das da bei Videocalls dann zum Zuge kommt. Denn bei so einem dünnen Rand kann man natürlich keine Kamera in das Display verbauen. Und hier wurde nicht unten ans Display was gefrickelt, sondern zwischen der F6 und F7 Taste eine Taste, die rauskommt und eine Kamera drin ist. Ich bin mal gespannt, wem das Teil als erstes abbricht. Aber witzige Idee, muss man unbedingt mal ausprobieren. Auch witzig, oder auch nicht, kann man sehen, wie mag. Nokia macht ja voll auf Retro, nachdem sie im letzten Jahr schon mit ersten Geräten von Urals Smart, also Telefons, nicht Smartphones, auf den Markt gekommen sind. Kommt jetzt das 8810 in der 4G-Version auf den Markt. 8810 sagt euch wahrscheinlich nichts. Bananentelefon habt ihr sicherlich schon mal gehört. In die Richtung geht's nämlich. Ein Slider-Telefon, das leicht gebogen ist, 4G, Voice-over-IP in höchster Qualität, 25 Tage Standby etc. sollen da überzeugen. 89 Währungseinheiten, zumindest in Euronen, stehen da euch ab Mai im Weg, wenn ihr es ausprobieren möchtet. Ich bin zumindest versucht, das vielleicht zu widerstehen, oder auch nicht. Wir werden es sehen. iTunes Store hat einen kleinen Support-Update gegeben, oder zum iTunes Store gab es ein kleines Update, nämlich ab diesem Mai, wenn ich nicht ganz falsch liege, wird Apple ein Sicherheitsupgrade machen, oder ein Sicherheitsupdate machen auf den iTunes Store, was zur Bedingung hat, dass gewisse Geräte rausfallen. Zum einen die Apple TV der ersten Generation, aber auch PCs, die Windows und XP und Vista aufgespielt haben. Die können nämlich dann nicht mehr in den iTunes Store zugreifen. Schade, aber irgendwann muss es ja mal so weit kommen. Und ja, sind wir ehrlich, wer noch Windows XP oder Vista drauf hat, ist eh selber schuld. Windows 10 draufschmeissen und glücklich werden. Und Apple TV erster Generation, ja, da fallen bei mir auch zwei Geräte weg. Aber ja, mit der Zeit kommt das halt nach so vielen Jahren. Dann könnte es sein, dass es nächstens ein wirkliches Verbot geben wird für Drohnenflüge über dem Apple Park. Das möchte Tim Cook ja schon länger missfällt, dass da private Drohnenflieger drüber fliegen, Videos machen, dann auf YouTube stellen etc. Und jetzt war es eben so weit, dass so ein Teilchen runtergefallen ist und zwar aufs Hauptdach. Zwischen solche Solarpanel, die oben drauf sind. Und das muss natürlich nicht sein, liebe Drohnenpiloten. Wenn ihr schon fliegt und sowas anfliegt, lernt zuerst mal fliegen, bevor ihr so einen Umfall fabriziert. Das hat natürlich Konsequenzen. Das war's mit der Geek Talk Daily von heute. Ich hoffe, ich bin morgen wieder für euch da. Ansonsten euch auf jeden Fall schon mal einen guten Start in die neue Woche. Und wir hören uns bald wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.